Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 auf der Nordfrischmarschürfe. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. So, in der letzten Folge sind wir stehen geblieben beim Ansehen. Den Apparat habe ich schon eingestellt. Dann müssen wir noch düngen, oder? Fakt 1 müssen wir noch düngen und Fakt 2. Dann haben wir eine Düngerspritze. Nein, wir düngen das mit dem Düngestreuer. Dann hänge ich den mal an. Kontakt da müssen wir noch einparken. So. Fakt 2 Düngen. Fakt 2 war das. Schauen kurz noch. Fakt 2 und Fakt 1. Nach Fakt 1 ist schon bedingt, also noch Fakt 2. Und dann können wir noch schauen, wegen den Tieren. Auf der einen Klassback hat das. Fakt 2. Fakt 1. So. Falsch gefahren. Das war das Feld geradeaus. Nein, haben wir noch nicht. Wir müssen noch zum Händler eine Pflegebereitung aufziehen. Dann können wir das Feld 2 düngen. Dann müssen wir uns um die Kühe kümmern. Vielleicht müssen wir noch machen. Ja, wir haben noch viel Arbeit. Wir müssen uns um die Kühe kümmern. So. 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 Ich hab' beide gefahren. So. Nehn. Zwei. 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 Einmal Vorgewände. Let's go. Ja, sieht gut aus. Speichern. F2. Dünger streuen. Das macht mir der jetzt. So. 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 das läuft. So. 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 Es wird sie ja gewünscht in der Innersee zu fangen. So, dann holen wir den ab, dann können wir eigentlich die zwei verkaufen oder einen davon, nein, verkaufen wir beide. Oh, schönes Ding, schönes Ding. Später mal werden wir einen neuen Acta kaufen. So, dann holen wir den Hohen. So. Oh, sorry. Der ist der Anhänger, größer ist wie der Traktor. Na gut. Oh, jetzt brauchen die Tiere jetzt. Schauen wir mal. Schauen wir mal ganz kurz. Stroh, Gras, Silaschen. Ja, sieht fertig an. Da drin noch. Da ist 4. Die Tiere ist auch noch zu, da müssen wir auch noch aufmachen. Damit wir die Kühe hinaus können. So, grüß Gott, die Kühe. Okay, das ist schon alles. Dann müssen wir auch noch die Tür aufmachen, damit wir die Kühe hinaus können. Dann können wir wieder zurück hinaus fahren. Dann brauchen wir noch Stroh. So, hieken wir da jetzt noch ins Lager. So, dann qualmen wir noch Stroh. So, glaube ich, bei. So, da müssen wir den Dinger auffüllen, das sehe ich gerade oben. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Da schütten wir noch zu den Kühen und dann. So, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like nach oben da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.